Den Blick gestochen scharf in die Zukunft gerichtet. Das ist die Devise, mit der man bei Optik Wiese in Kassel sämtliche Leistungen erbringt. Beim Optiker in der Friedrich-Ebert-Straße setzt man auf eine vielversprechende Kombination aus zukunftsweisender Technologie und persönlicher Betreuung. Mit Video-Unterstützung sorgt das engagierte Team um Optikermeister Jan Biese dafür, dass Ihre Brille Ihrem Typ rundum entspricht. Dabei kann Ihnen Optik Biese viele Modelle namhafter Marken, wie zum Beispiel Lindberg-Brillen, anbieten. Mittels computergestützter Glasanpassung wird dann der optimale Sehbehelf für Sie kompletiert. Termintreue, 1A-Service und die erstklassige Qualität haben das renommierte Familienunternehmen zu einem der führenden Optiker in der Region Kassel gemacht. Überzeugen Sie sich von den innovativen Leistungen und Produkten von Optik Biese. Untertitelung des ZDF für funk, 2017